Hinter dem harmlos klingenden Titel Der Besuch der alten Dame verbirgt sich ein ungesündes Verbrechen der Jugendzeit, die skrupellose Macht des Geldes und der rapide Verfall von Moral. Wie Friedrich Dürrenmatt all diese Themen in ein Werk verarbeitete, schauen wir uns in diesem Video an. Viel Spaß! Das Werk Der Besuch der alten Dame wird als tragische Komödie bezeichnet und wurde vom 1921 geborenen Schweizer Schriftsteller Dürrenmatt geschrieben. Er gilt als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Autoren der Nachkriegszeit und Postmoderne. In seinen Werken geht es meistens um Fragen nach Macht und Gerechtigkeit. So auch In Besuch der alten Dame. Das Stück wurde im Januar 1956 in Zürich aufgeführt und vereint tragische und komödiantische Elemente in einer grotesken Art und Weise. Dürrenmatt machte es sich zur Aufgabe, das Paradoxe und Grauenhafte in komischen Dialogen und Situationen zu verstecken, sodass einem beim Lesen das Lachen im Hals stecken bleibt. Die Geschichte spielt in Güllen, einer verarmten Kleinstadt, die hohen Besucher wartet. Claire Zaranassian, eine ehemalige Bürgerin Güllens, suchte ihre Heimatstadt nach vielen Jahren der Abwesenheit erneut auf. Durch die Heirat diverser Männer erlangte sie einen unglaublichen Reichtum, sodass die Güllener Bürger von ihr nun großzügige Spenden erwarten, um die Stadt wieder aufzubauen. Die Exposition des Stückes ist die feierliche offizielle Begrüßung von Claire Zaranassian, ehemals klarer Wäscher am Bahnsteig. Dieser Empfang geht zwar gründlich schief, aber die Güllener hoffen auf die Überzeugungskunst Alfred Ills, dem ehemaligen Geliebten von Claire. Diese ist jedoch überhaupt nicht begeistert, ihn zu treffen. Sie möchte sich an ihm rächen. Claire war vor 45 Jahren von ihm schwanger. Ihre Klage zur Anerkennung der Vaterschaft wurde jedoch abgewiesen, da Alfred Ill Zeugen bestach, zu seinen Gunsten auszusagen. Danach musste sie aus der Stadt wegziehen und wurde zur Prostituierten. Die damals gedemütigte, heute reiche Claire unterbreitete den Bürgern Güllens daher ein Angebot. Sie möchte ihnen und der Stadt eine Milliarde Euro spenden. Im erregenden Moment nannte Claire allerdings die Bedingungen dafür, welche die Freude der Bürger direkt wieder ersticken lässt. Alfred Ill muss sterben. Im Namen aller Bürger verzichtet der Bürgermeister auf das Angebot und Alfred streitet seine Schuld öffentlich ab. Der angesehene Alfred Ill vertraut auf die Beteuerungen der Güllener, hinter ihm zu stehen, beobachtet ihr Verhalten jedoch zunehmend skeptisch. Die Güllener beginnen nämlich, teure Produkte auf Pump zu kaufen und amt auf seinen Tod zu spekulieren. Sie schwanken immer mehr zwischen der finanziellen Rettung durch Claire einerseits und der moralischen Verwerflichkeit der Ermordung Alfreds andererseits. Alfreds Versuche, sich bei Claire zu entschuldigen und sie von ihrem Vorhaben abzubringen, haben keinen Erfolg. Sogar die Amtsträger beteiligen sich am Kaufrausch. Der Bürgermeister gibt den Auftrag für ein neues Stadthaus, der Fahrer kauft eine neue Glocke für die Kirche. Selbst Alfreds Familie wird von der Kauflaune erfasst. Die Stimmung ändert sich. Verstärkt werden Alfreds Fehler in der Vergangenheit thematisiert und Verständnis für Claire's Situation geäußert. Nur der Lehrer traut sich, in betrunkenem Zustand von seinen Gewissensbissen zu reden. Ill, der den Stimmungsumschwung bemerkt, versucht zu flüchten, wird aber von den Güllener Bürgern aufgehalten. Der Höhepunkt, also die Peripetie des Werkes, ist erreicht. Zwar erkennt er nun erstmalig seine Schuld an, lehnt die Aufforderung zum Selbstmord allerdings ab. Im Wissen an seinen nahen Tod nimmt er Abschied von seiner Familie und stellt sich einem Gespräch mit Claire im Konradsweilerwald, einem Ort, der für ihre Beziehung eine große Bedeutung hatte. Diese Situation ist das retardierende Moment, welches das dramatische Ende Alfreds kurzzeitig hinaus zögert. Schließlich wird eine Gemeinderatssitzung einberufen, bei der in Anwesenheit der Presse über die Situation beraten wird. Vor laufenden Kameras stimmen die Bürger vermeintlich über die Annahme der Stiftung von Claire und damit eigentlich über die Ermordung Alfred Ills ab. Nachdem die Bürger eindeutig für die Annahme des Geldes gestimmt haben, bilden sie eine Menschengasse. Als diese sich wieder auflöst, ist Alfred Ill tot. Der Bürgermeister spricht von Herzschlag und Tod aus Freude, was von der Presse übernommen wird. Für Ill endet das Werk damit in der Katastrophe, während es für die Gülener durch die Übergabe der Milliarden zum tragischen Happy End kommt. Bevor wir euch die Hauptcharaktere und Figurenkonstellationen näher vorstellen, wollen wir uns kurz beim Stark Verlag für die Unterstützung dieses Videos bedanken. Der Stark Verlag ermöglicht es uns, aufwendigere Videos wie diese Lektüre-Zusammenfassung in höchster Qualität zu erstellen und kostenfrei für euch zugänglich zu machen. Dabei stellt er uns Lernhefte zur Verfügung, die eine optimale Vorbereitung auf den Unterricht, die nächste Klausur und das Abitur darstellen. Ihr findet wichtige Informationen zur Biografie des Autors, eine ausführliche Inhaltsangabe sowie eine systematische Analyse und Interpretation in den Lernheften des Stark Verlages. Nutzt die Möglichkeit, eure Noten zu boosten und klickt auf den Link in der Beschreibung, um direkt zu diesem Lektüreheft zu gelangen. Auch Claire Zaranassian, welche auf groteske Art die Macht des Geldes verkörpert, hat damit ihr Ziel erreicht. Sie nutzte ihren Reichtum, um subjektive Gerechtigkeit durchzusetzen und ist getrieben von einem tiefen Bedürfnis nach Rache. Um ihren Plan vorzubereiten, kauft sie mit den Ölmilliarden aus ihrer Hochzeit im Vorfeld ihres Besuches die Fabriken Güllens auf und lässt diese stilllegen, um die Güllener in eine finanzielle Notlage zu bringen. Übrigens wird sie begleitet von einem seltsamen Gefolge aus unter anderem zwei Sänftenträgern und ihren Ehemännern, die im Laufe des Buches wechseln. Ihr Gegenspieler ist der 65-jährige Alfred Ill, ein angesehener, von allen geschätzter Bürger Güllens. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder, zwar scheint er auf den ersten Blick tugendhaft, jedoch zeigt er auch opportunistische Züge und ist bereit, seine moralischen Prinzipien für den eigenen Vorteil über Bord zu werfen. Das zeigt sich in seiner früheren Beziehung zu Clara Wäscher, die er trotz ihrer schwierigen Situation einfach stehen ließ. Neben diesen Hauptfiguren repräsentieren die Güllener Amtsträger verschiedene Werte. Der Bürgermeister steht stellvertretend für die Politik und deren vermeintlich demokratische Rechtsstaatlichkeit. Er hat großes Interesse daran, durch Clares Spende die schlechte Finanzlage der Stadt aufzubessern. Auch der Pfarrer als Vertreter der Kirche steht für deren Werte und Moralvorstellungen, lässt sich jedoch im Laufe des Buches ebenfalls von Clares Geld bestechen. Der Lehrer, als Vertreter der humanistischen Bildung, durchschaut zwar seine eigene Schwäche, kann Clares Angebot dennoch nicht widerstehen. Alle diese Figuren, inklusive dem Polizist und Arzt, verkörpern damit die Unfähigkeit der verschiedenen Institutionen, im Sinne ihrer moralischen Werte zu handeln. Der Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt wurde 1956 Uhr aufgeführt und handelt von Claire Saranassian, einer reichen Dame, die in ihre ehemalige Heimatstadt Güllen zurückkehrt. Dort will sie sich an Alfred Ill, ihrem ehemaligen Liebhaber, für dessen Verbrechen rächen, aufgrund derer sie damals die Stadt verlassen musste. Sie bietet den Bürgern eine Milliarde Euro für die Ermordung Alfred Ills. Diese lehnen zunächst ab und sprechen dem angesehenen Alfred Ill volle Solidarität zu. Im Laufe des Buches lassen sie sich jedoch immer mehr von Clares Geld verführen. Schließlich entscheiden sie sich für die Ermordung. Das Buch soll also den moralischen Verfall einer Gesellschaft durch die Macht des Geldes aufzeigen. Wenn euch unser Video gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Rückmeldung da und abonniert unseren Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen.